Hallo Leute von heute, ich begrüße euch zu der 10. Folge Let's Play Redstone Zusatz. Schon länger ist es her, als ich das letzte Mal aufgenommen habe und heute habe ich, habe ich wieder mal an der Technik weitergemacht, weitergearbeitet, weitergetüftelt, besser gesagt, weil ich da das Problem beheben wollte mit den Lampen, dass da nicht zuerst die Lampen so angehen, sondern von dieser Seite angehen und von dieser Seite. Das möchte ich euch, möchte ich euch gerne demonstrieren. Ja, und zwar, so von diese, von diesen zwei Seiten, das ist echt cool. Äh, ja. Minecraft-Sounds sind weg. Okay, okay. Ja, blöd, aber ich mag jetzt mal da weiter. So, was wollte ich in dieser Folge machen? Ich habe jetzt sehr viel Technik und ich habe mal mit die, in der siebten Folge, achten Folge habe ich euch mal die Technik erklärt, also leicht versteht ihr die Technik und sonst könnt ihr mir das in die Kommentare schreiben, ob ich das nochmal erklären soll oder nicht. Ich mache mal den Trick, dass ich, ähm, dass ich Minecraft im Hintergrund nochmal laufen lasse, wo ich auch die Minecraft-Sounds, laufen lasse, laufen lasse. Äh, ja, nice. Ich hoffe, die Minecraft-Musik ist jetzt auch dann länger drin. So, was wollte ich euch zeigen? Mich stört es? Wow. WhatsApp-Nachricht während der Aufnahme? Nice. Normalerweise erwähnt ich das nicht, aber jetzt, diesmal hat man es vielleicht gehört. Minecraft-Sounds, warum lassen wir schon ein paar Stimpfstehen? Hört man was? Ich, ehrlich gesagt, nichts. Auch wenn es in Obis was anzeigt, höre ich, ehrlich gesagt, gar nichts. Ah, vielleicht hört man das dann in der Aufnahme. So, was mich stört ist, dass ich, wenn ich hier ausstelle, dass das immer noch nachblinkt und nicht sofort ausstellt. Das stört mich, ehrlich gesagt. Und das möchte ich folgendermaßen machen. Und zwar möchte ich diesen Kondensator hier blockieren. Ausstelle. Das ist natürlich leicht, ehrlich gesagt, das Gitarren. Ähm. Hier würde ich am liebsten eine Fackel inpacken. Aber diese Fackel würde das bauen und würde alles durcheinander bringen. Um diesen Kondensator zu auszustellen. Ähm. Ah, ne, das würde gar nichts machen. Ja, das würde gar nichts machen. Das ist natürlich gut. Das ist, äh, sehr gut. Nein, das ist nicht gut. Das ist blöd. Äh. Ähm. Diese Spende würde bebaut werden, wenn ich hier eine Fackel hinplatzieren würde. Dann, äh. Ja, so viele Möglichkeiten gibt's nicht. Ähm. Von unten. Ja. Warum nicht von unten? Ja! Äh, nee. Früher gar Schwachsinn. Das bringt nix, wenn ich das von unten bohre. Äh, war das Stein? War andere Burger-Glocke? Keine Ahnung. Das stört mich jetzt. Äh, Mycroft. Warum lässt du keine Mycroft-Musik laufen? Warum, warum, warum? Also, ich starte gerade nochmal Mycroft im Hintergrund in 1.4.2, aber ohne Mods. Denn hier in diesem Mycroft habe ich die, euch, äh, Optifalen und das, äh, Plugin, das Word-Edit-Plugin. Und, um die Musik laufen zu lassen, dass wenn ich den Game-Mod wechsle, dass dann immer noch die Mycroft-Sounds weitergehen, habe ich Mycroft im Hintergrund offen. Aber jetzt war das Problem, dass das Mycroft irgendwie, keine Ahnung warum, einfach keine Mycroft-Sounds mehr abbiegt. Das ist, äh, blöd. Aber kann ich nicht ändern. Ähm, ja. Was würde passieren, wenn hier mal, äh, Redstone drauf, wenn hier, äh, Redstone-Signal draufhört? Aber dieses Mal, wenn diese Kondensate an ist, würde das wieder ausgestellt werden, wenn das verbunden wäre. Das ist blöd. Nice, jetzt kommt Mycroft-Sounds. Ja. Das habe ich natürlich, über das habe ich besetzt noch nicht überlegt, wenn ich das anschließen möchte. Das, äh, war blöd. Jetzt könnte man noch ein Dator erklären, wie ich hier einen Kolben hinpacken würde. Aber, das würde, glaube ich, ein Problem vorsagen. Glaube ich mal. Ich probier's einfach mal. Äh, schiefgehen kann ja nix, wenn ich das, wenn ich das hier, das, wenn hier ein Strom drauf ist, dann wird diese, wird diese Block, fertig, der kommt raus. Und wenn ich hier, ich hoffe, ihr kennt Kondensaten, also, so eine, eine der, eine Wischgeschaltung, um Strom zu speichern. Ähm, ja, wenn ich den Kondensaten hier hinpacken würde, um, um den Block wegzunehmen, um den Kondensator zu speichern zu können, dann würde der Kondensator dafür nicht gehen, also, schwach sein. Ich könnte, äh, ja, ich könnte alles zerspüren, das ist auch noch gut. Oh, gut, kann ich ja noch mitnehmen. Äh, ja, ich möchte mir angewöhnen, nicht so viel zu sagen, sondern einfach zu überlegen. Das wäre noch von Vorteil. So. Ich habe hier den Kondensator. Hier habe ich den Kondensator. Und den möchte ich gerne entwehren. Ähm, und das würde mit Ankommen umgehen. Ja, von oben. Das ist eine Möglichkeit. Ah, da kommt ja nicht mal Sand runter. Nein, ich habe schon Sand erwartet. Ja, nein, das ist, äh, ohne Probleme machbar. Das verrückt mich. Also, das finde ich nice. Und diese Leitung muss mit diesem Signal verbunden werden. Das ist knapp, wie ich vorne. Und zwar, muss ich, da, äh, verzwickte Sache, muss ich sagen. Also, nicht so einfach. Joa, ich will gerade. Ähm, es würde auch gehen. Ich habe eine andere Idee, dass ich von hier komme. Nice. Jetzt, kann ich hier, schön die Leitung, hier durchziehen. So, das würde keine Probleme geben. Hoffen wir es mal. Ähm, hier durch geht es auch. 3, 2, 2, 3, 3, eine kleinigkeit eine kleinigkeit im gegensatz zu dem was ich vor habe das ist gewaltig ich habe mir das so angeschaut und so gedacht da habe ich mir aber richtig was vorgenommen also jede einzelne lampe hier anzusteuern ist eine riesengroße arbeit wo euch das gefällt ist die andere verfolgen also nicht alle die 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 andere natürlich so und schon wieder micro ein bisschen beleuchten ein bisschen beleuchten das das muss ich jetzt noch verleinen und der andere kondensator sollte auch entladen werden und zwar über diesen verstärker den ich nur noch anschließend muss das ist gut sehr gut gefällt mir nicht hier kommt kiesen ja das ist ja das ist blöd aber schnell meckhoff geht ja schnell in real leben Z-Block Sends Ups Ein Block weiter oben Ja Das einzige was jetzt Was ich jetzt noch machen muss Tun werde Ist verkabeln Das ist so Miege schwierig als Zu überlegen Was dann Auseinander verbunden werden Sollte Oder Logik Ja Reds Äh Let's play Red Sun Dann auch wieder mal weiter Ich habe Zeitchen Nicht mehr so Hier weiter gemacht Weil Ich hatte Ja Wusste nicht wie ich weitermachen soll Die Technik Die Technik Sowieso Wow So eine Zeit Schon lang Am Bock Auf So zu überlegen Aber ist Habe ich Nicht Platz Er Wer Gibt es nicht Gibt es nicht Platz Probleme Holben Leitet Kein Strom Das ist Blöd Oder Dann Lässe ich das am liebsten Am besten auf Und das ruhig auch Bestätigen zu können Ja Das äh Geht Aber Nicht Aber Zum Beispiel Das hier Gehen Würde Das Würde Gehen Das ist Kondol Er wird Powered Aber Gleichzeitig Kann er Auch Wird So ein Signal Durchlassen Was Ähm Ja Zum Reds Ich hin Zurück Das ist eine Schwierige Frage Ähm Also hier kann ich Nicht Durchgehen Weil hier Facken Sind Und wenn Die Facken An Sind Dann Ja Würden Sie Die Leitung Verändert Haben Oder Ich würde Gehen Oder Als Die Facken Würde Mir Das Zusegnal Verbrauchen Wie Kann Ich Was Hin Hin Hier ist ein Block Hier ist ein Block Und da Kommt Es Gefangen Eins Zwei Drei Ah das sind Vier Block Das ist Das ist Das ist Aber Sehr gut Wenn ich Hier Um Dann Ah Nein Mann Lass mich Durch Hallo Ja Ich Ja Ich habe Schrauben Ah Ja Das Ich habe Das ist ja. 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 überlegen, das ist aber nur so, ja so überlegen, das ist immer nur so gut, ich sage mal. Ja. Das Blau, das würde kein Problem, nein. Das würde die Kolben bebraun und das Signal kann hier weitergehen. Oder auch nicht. Ich muss da oben bleiben, neben der Pfarre da. Nice. So entgehe ich der Pfarre. Und ich mag das Wort nicht. Ich mag das nicht, wenn das jemand sagt, ich mag es selber. Blödgelaufen. Nix. Muss ich nur rum. Oh ja. Das klappt. Gut. Nice. So, Rats zu verlegen. Äh, dafür kann man hier nicht mehr durchlaufen. Das ist... Ordnung. Nicht so schön. Die Hauptsache ist, dass die Technikokultur hier... ... ist ein Zwischbisse. Äh, das wird einigermaßen... ... natürlich aus. Äh... ... hier muss man verneinen. Und den muss ich auch. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn. Das heißt, hier muss man verneinen. Nix. Das funktioniert auch. Das ist natürlich nice. So. Ah, das ist die Komorgenblöcke. Das hat ein bisschen Luft. So. Dann... ... teste ich das mal jetzt. Wie das dann jetzt aussieht. So. Jetzt stelle ich aus. Zeig. Nice. Das... ... funktioniert gut. Nice. Dann kann ich zum Beispiel auch den Kondensator... ... der bestimmt, wie lange... ... wie lange es dauert, bis äh... ... die Sperrung ausgeführt wird und sozusagen das Standbild angezeigt wird. Dann kann ich diesen Kondensator... ... das ist der da... ... kann ich diesen Kondensator verkürzen. Aber das... ... in dieser Zeit muss ich da... ... gucken, dass da nicht... ... der andere Kondensator... ... entladen wird, weil sonst dann... ... die Glocks laufen. Also... ... die Glocks von den Dingens, die... ... ja... ... äh... ... die dann wieder das... ... Blinklicht äh... ... aktivieren. Das wird blöd. Dann hätte ich am Schluss beides... ... gleichzeitig... ... jetzt. So. Jetzt... ... kommt... ... diese Kondensator noch. Ips. Sala. Ne. Das Signal muss aus sein. Ja. Und jetzt... ... kommt ein kurzer Kondensator... ... da rein. Ja. Hier kommt das... ... da... ... kommt das hin und... ... hier durch Verstärkung. ... aufkehre. So. Da bin ich wieder. Jetzt war ich kurz auf Klo. Und... ... jetzt mach ich da weiter. Und zwar... ... teste ich jetzt... ... die Technik. Und... ... ob die Technik fokussiert... ... oder nicht... ... werden wir in der nächsten Folge sehen. Ja. Dann... ... würde ich mal sagen... ... mit Ratsu in der Hand... ... Ciao Leute von heute! ... mit R quarterly. Ja. Bis dann! Bis dann! So! Bis zum nächsten Mal.